Ja, mit einem weiteren Flattern des roten Mantels könnt ihr dann eintreten und tatsächlich seid ihr unter euch auch kein Wirt, der dann hier zuhören kann. Natürlich gibt es in den zahlreichen Holzbauten viele Löcher, durch die man dann hindurch gucken könnte, aber auf der anderen Seite ist es dann eben dunkel, aber ihr seht da auch keinen. Und der Rondrianer wird sich dann setzen. Ah, sehr gut, die Helden, man hat schon viel von euch gehört. Warum seid ihr hier? Nun, die Umstände verlangen, warum seid ihr hier? Ich will diese Arche vernichten mit Rondras Zorn und ihr könnt mir helfen. Äh, ja, das geht sicherlich. Ist es klug, so offen zu sprechen, an Bord dieser Arche? Deswegen sind wir ja hier. Und ihr meint, die Arche kann euch hier nicht hören? Das ist nur ein Gasthaus, was da aufgebaut wurde. Nun, wie wollt ihr die Arche vernichten? Nun, ich weiß, wie man zu den Organen kommt. Ich habe ein maraskanisches Wesen gefunden, was Al-Rugran heißt, früher Al-Rigian. Es ist wohl mittlerweile nicht mehr richtig menschlich, aber es ist bereit, uns für einige Goldstücke ins Herz zu führen und dann können wir es vernichten. Ich habe gehört, ihr seid Helden und könnt uns helfen. Geht ihr euch wirklich so einfach vor einen der großen Daimnoiden vernichten? Ja, na, warum denn nicht? Ich habe mittlerweile herausgefunden, dass es Organe gibt und die kann man zerstören wie alles andere. Wir werden nicht weit genug kommen, um dorthin zu gelangen. Ja, wie gesagt, wir nehmen verschlangene Pfade. Dafür haben wir dieses Archenwesen. Es ist verschlagen. Es wird euch opfern. Ja, ich habe schon gehört, dass ihr selbst eine Dämonenarche hattet. Die Gezeiten-Spende damals, richtig? Es wird euch in die Falle führen. Das ist euch doch klar, oder? Wollt ihr es jetzt mitmachen, oder nicht? Seid ihr Helden? Wir sind keine Dumpköpfe. Also eine offensichtige Falle zu betreten. Also, eine Frage. Ich würde dieses Arsch hier schon gerne vernichten, ne? Aber nicht so als solch einen klumpen Weg. Ja, andererseits. Oft sind die einfachen Wege auch die, die ans Ziel führen. Macht euch nicht misstrauisch, dass wir kaum, dass wir einen Fuß an dieser Arche an Bord gesetzt haben, uns verzeiht mit euren Namen. Ein Rondriana uns gegenüber tritt und anbietet, die Arche zu vernichten. Nun, ich habe mich selbstverständlich auch an die Fester mal gewandt, aber das sind keine Helden, so wie ihr. Sagt eure Gnahnen, wie lange seid ihr schon hier? Seit zwei Wochen. Es muss eine wahrhaftig große Summe nötig gewesen sein, um euch an Bord zu lassen. Die Kirche ist spendabel. Außerdem gibt es hier einen Schrein vom jenseitigen Mordbrenner. Den würde ich auch gerne vernichten, aber dazu komme ich später. Erst einmal bin ich hier, um das Archenherz zu vernichten. Eiler von Schattengrund hat es mir aufgetragen. Oh, tatsächlich. Ich stehe in Korrespondenz mit ihr. Ich kann euch ja das nächste Mal loben, der Wehen, ähm, für euren Eifer. Ja, nun, wir sind auch hier, um Archen zu vernichten, allerdings, nun ja, in Kooperation mit dem Herrn dieser Arche hoffentlich. Es ist euch hoffentlich egal, welche Arche zerstört oder nicht. Also seid ihr als Archenjäger oder nicht? In der Tat. Aber Moment, ah, ich verstehe, was Abel mir sagen will. Was wären wir für Helden, wenn wir nicht statt einer Arche drei vernichten würden? Wir dürfen unter anderem anschließen. Ihr sollt euch mir anschließen. Nein, nein, ihr dürft euch uns anschließen. Wir haben Größeres im Blick. Und am Ende bekommen wir alle, was wir wollen. Zerstörte Archen. Also geht es euch nicht um die Städte in der Tiefe, sondern eine andere? Es geht um zwei weitere Archen, die in Kürze diese Arche angreifen werden und, nun ja, wir hoffen, nun ja, eine Fliege mit der anderen zu schlagen. Das heißt, ihr wollt die Stadt aus der Tiefe opfern? Wir wollen die beiden anderen Archen vernichten. Im besten Falle, nun ja, passiert, was passiert. Und zwei Archen vernichten ist besser als nur eine, nicht wahr? Von welchen Archen spreche ich dir? Wir reden hier, oh Gott, ich habe die Namen vergessen. Wir reden von der Fliegeauswärterin und der Gemeinsamherrin. Zumindest haben wir sie so deklariert, denn sie sind bislang unbekannt. Wissen, wenn man aber die Wahrheit sagt, was den Auftrag von Ayla von Schattengrund angeht. Menschenkenntnis? Hast du noch nicht gewürfelt, ne? Nö. Das mit der Minus 1 war noch dein Alter. Das ist bei Diabel Mia, Menschenkenntnis. Ja, würfel gerne. Ähm, ja. Beziehungsweise, ob es wirklich sein Ziel ist, diese Arche zu vernichten oder ob er uns verarschen will. Also die zwei Sachen. Ähm, kann ich dafür meine TS-Sehnsüchte erkennen benutzen? Also ist es sein innigster Wunsch, diese Arche zu vernichten, wie er behauptet. Wenn du mir die Frage stellst, darfst du die Spezialisierung übernehmen, ja. Okay, das mit Ayla kann nur Prahlerei sein, aber... Nur 10, da würfel ich mal gegen. Schauen wir mal, was er dann so... für Überredenwerte hat. Aber sind da die, äh, die Modifikationen aus herausragendes Aussehen und so weiter schon drin? Nein, das sind sie nicht. Das wären nochmal 3 Erleichterungen aus herausragendem Aussehen und eine 2 Erleichterung aus Wohlklang. Also 15. Ja, aber wir waren uns ja einig, dass das auch Menschen kennen und es nicht klappt. Ach ja, stimmt. Ach ja, stimmt. Ach man, 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 wenn es überreden... Da musst du dann selbst überreden benutzen, ne? Genau. Ja, ja. Ähm, irgendwas stört dich an ihm. Okay. Er ist nur Andreana, der auf einer Dämonenarchie rumrockt. Das hätte ich dir auch ohne Probe sagen können. Ja, also du meinst, dass seine Süchte sind, oder seine Sehnsüchte beziehen sich vor allem zur Zeit auf euch. Okay. Nun, bitte, Kapitän. Wird euch anschließen, oder nicht? Äh, verratet mir mehr von eurem Plan. Nun, zuerst müssen... Kleinen Plan. Ihr werdet es sehen, wenn sie hier sind. Zuerst müssen wir mit den Herren dieser Archite sprechen, einen gewissen Arachner von Schaurina. Bis dahin können wir natürlich keine Pläne machen, denn, naja, wir wissen da ja selbst nicht so über alles Bescheid. Und wir wissen ja, Wissen ist Macht, nicht wahr, Abelmir? In der Tat. Aber nicht... Seid ihr allein hier? Wollt ihr allein diese Archite zwingen? Selbstverständlich. Mit euch gemeinsam können wir es schaffen. Ihr sprach von einem Wir. Ja, wer seid die anderen? Ah, Piraten. Ich kann ihnen vertrauen. Ihr könnt Piraten vertrauen? Also ihr seid zumindest nicht hier, um diese Arche zu zerstören, oder was? Ihr wollt mit Arachner reden. Wir wollen zwei andere Archen vernichten. In der Tat. Ihr habt bemerkt wohl, wie sich eine Wand öffnet und mit einem schmatzenden Geräusch... ...werden weitere Archenkäfer zerstört. Heraustreppt eine würdevolle Gestalt. Grob 60 Jahre lange graue Haare und an der Stirn fehlen ihm wohl so die einen oder anderen Haare. Aber er sieht trotzdem sehr würdevoll aus in seinem schwarz-blauen Gewand aus kostbarer Seide. Sepetilio überkennst Arachno von Scheirina, den Prinzen von Meridiana und den Meister der Winde. Ich springe auch auf meine alten Knie. Kapitan, wenn ich euch vorstellen darf, seine Hochwürden und der allererwürdigste Arachno von Scheirina. Meister dieser sieben Winde, Magus Transformaticus und sicherlich eine ganze Wandbreite, ein weiterer Titel, die diese unwürdige Vorstellung gar nicht erfassen kann. Ein feistes Lächeln umspielt seine dünnen Lippen und er blickt erst zu Arbimir, dann zu den anderen und dann zu Serpentilio. Serpentilio, schön, dass ihr hier seid. Es ist wie immer eine Freude, euch zu sehen. Ich nehme an, ihr habt euch nicht noch einmal überlegt, eure Meisterformel weiterzugeben? Nun, dazu kommen wir später. Also ihr wollt über zwei Archen reden. Tun wir das. Er setzt sich und du kannst erkennen, wie wohl die Archenkäfer selbst das Stück Holz, diesen einfachen Stuhl, auf den er sich jetzt zu setzen gedenkt. In Windeseile formt sich der Stuhl zu so etwas wie einem kleinen Thron, der matt-schwarz glänzt durch das Chitin. Und ja, in diesem einfachen Gasthaus, in diesem sehr einfachen Raum, ist durch Windeseile und durch die Käfer-Transformation ein kleiner Thron gewachsen. Ich würde erstmal einen Blick zu dem sogenannten Rondre-Gewelten werfen, ob er irgendeine Reaktion drauf hat, dass dieser Herr der Arche plötzlich auftaucht. Du siehst wohl, dass er sich gar nicht mehr bewegt. Verstehe. Nun, wir haben Informationen, die einen Angriff zweier kleinerer Archen auf diese Arche betrifft. Sie werden kurz hier eintreffen. Und woher stammen diese Informationen? Berichtet doch bitte von vorne. Also, wir waren am Friedhof der Seeschlangen gewesen. Dort haben wir so eine Art Kartenraum gefunden. Ich war bei mir... Choontak. So nennt sich dieses Wesen wohl. Naja. Dort fanden wir die Angriffspläne. Und dieser, wie nennt ihr Schoontak, beabsichtigt wohl auch diese Arche zu übernehmen. Choontak ist eine Priesterin, die unglaublich mächtig ist. Ich habe mir fast gedacht, dass ihr auch nach dieser Arche greift. Naja, hat dir aber nicht geholfen, dass ich die halbe Pyramide eingerissen habe. Na, die Pyramide ist bereits seit einiger Zeit zerstört. Naja. Nun, dies tut jetzt nicht zur Sache. Wir hoffen mit eurer Hilfe diese beiden Archen zu vernichten. Das heißt, sie kommen, ja? Ja. Interessant zu wissen. Wir wissen von ihren Schlachtplänen, von ihren Taktikplänen. Die könnten sehr wertvoll sein für euch, diese Bedrohung, wenn ihr so wollt, zu beseitigen. Nun, darauf bin ich gespannt. Ein offener Angriff auf diese Arche ist quasi nicht möglich, aber präsentiert mir gerne, was ihr habt. Haben wir dieses Bündnis? Was wollt ihr im Gegenzug? Wir planen Größeres. Wir planen Darion Paligant vernichten. Das habe ich mir fast gedacht. Ich werde allerdings diese Arche neutral belassen. Ich werde nicht in einen sinnlosen Krieg ziehen. Nun, es gibt genuge Möglichkeiten. Denn wir, ihr wirst uns Unterstützung zukommen zu lassen, ohne direkt einzugreifen. Nun, ich bin gerne auf die Informationen, die ihr mir gebt, angewiesen. Viele sind es, die seither nach dem Thron der Arche gegriffen haben und greifen werden. Ich bin mir dessen gewahr. Zur Zeit habe ich zwar den eigentlichen Kapitän Iseberdon von Raufenberg unter meiner Kontrolle. Und ich kann mich wahrlich den Meister der schwimmenden Stadt nennen. Aber nun, die Kontrolle über Iseberdon ist schwierig. Er ist ein stumpfer Untoter, wenn ich ihn so nennen kann. Sein Geist schweift immer wieder ab. Aber das macht ihn ebenso angreifbar für all die anderen Diener. Dadurch, dass ich keinen Pakt mit der tiefen Tochter habe, könnte ein eben solcher wohl das Band locker ergreifen. Nun, ihr könntet aber eine Basis für uns und unsere Verbündeten stellen. Ohne diese hohen Rentengebühren. Das könnte ich sicherlich. Ihr könntet uns auch an euren Wissen teilhaben lassen, auf das wir den Widrigkeiten der See besser trotzen können. Die See ist rauer geworden, das mag ich zugeben. Oh, ihr stellt euer eigenes Licht unter den Schatten. Wir haben gesehen, wie ihr den Sturm von Maraskan miteinander handbewegt und beruhigt habt. Sepintilio, die Redewendung heißt entweder das Licht unter den Scheffel oder in den Schatten stellen. Aber ich wollte euch nur darauf hinweisen. Ich weiß leider nicht, wovon ihr sprecht. Haben wir dieses Bündnis, wenn wir euch die Angriffspläne mitteilen und helfen euch, den Angriff abzuwehren und diese Dämonen euch zu vernichten. Schlagt ihr ein? Ich bin leider immer noch verwirrt. Ich habe den Sturm von Maraskan nicht gebändigt. Verzeiht, dann muss ich wohl ein natürliches Phänomen verwechselt haben. Aber wir beide wissen, wozu wir in der Lage sind. Warum habt ihr mir denn nicht angekündigt, dass ihr kommt? Beispielsweise mit einem Nonciavolo. Ich schaue mal Fragen für Serpentilio. Serpentilio schwitzt Blut und Wasser. Ähm, war das nicht eure Aufgabe? Ich glaube, ich muss euch, ähm, ähm, den Lohn streichen. Ähm, ähm, verzeiht. Es ist eine Langeweile her, dass wir das letzte Mal das Vergegnügen hatten. Er muss einem eurer Untergebenen zugestellt worden sein. Und wie die Mühlen, wie die Mühlen hier malen, bin ich mir sicher, er wird binnen Tagen auf einem Schlaf zu schliegen. Jetzt, nun leider zu spät. Nun, aber wir haben doch das, äh, Bestätigungsschreiben bekommen. Er würde, er würde den Meister der Arche jedes einzelnes Schreiben, das bei ihm ankommt, persönlich beantworten. Ihr habt eine Antwort bekommen? Ja, ja, ja. Dann habe ich jetzt etwas zu tun. Verzeiht. Er erhebt sich und schreitet wieder in Richtung der Wand, aus der er gekommen ist. Denkt über unser Angebot nach. Wir werden euch die Aufwartung machen. Serpentilio. Ja, ich verneige mich nochmal, wenn er weggeht. Ja, die Käfer hören auch wieder auf, den Thron zu bilden und zerplatzen wieder auseinander. Äh, springen dann wieder weg und die Tür schließt sich wieder mit einem weiteren Matschen. Man lasse mich mit einem Ächzen in den Stuhl senken, dass ihr nicht wisst, ob es von meinen Knochen oder eben jenem Möbelstück stammt. Ich schmeiße mal dieses Schriftstück zum Serpentier auf den Tisch in die Nähe von. Von wem stammt dieses Schreiben? Ich... Es ist kein Wickel, der darf. Das habe ich mich gefragt. Lass mich einmal. Ich pflücke es auf und mache es mal. Sonst, seitdem wir können es ja. Und dann, äh... Oder mal ein... Für Erleichterung. Sonst nix. Sehen wir was das an. Das ist immerhin kein Platz, also neun. Neun sind neun reichen. Was sehe ich? Äh, der Brief ist mittlerweile nicht mehr magisch. Mhm. Aber er war es mal. Er war es mal, ja. Und... Einen verwehnenden Merkmalskenntnis von so etwas wie Hellsecht. Hellsecht? Oder Kommunikation. Also Verständigung. Ja. Hm. Nun, es ist doch keine Signatur daran. Angeheftet sage ich, als ich das Ding etwas wedle und es wieder Avelmeerreiche. Was kostet ein Odin? Vier Odin? Ich glaube ja. Normalerweise vier mit einem Stab 3. Die Frage ist, wer hat den Brief stattdessen erhalten und sich bemüßigt gefühlt, uns zu antworten? Es ist, wenn auch schwer, möglich, einen Nunziowolo abzufangen. Dafür ist aber Magie und Planung nötig, denn sie sind schnell. Hm. Also ist hier eine dritte Partei im Gange. Eine, die wollte das Vier der Stadustentiefe aushilfen? Nun, stand es so explizit im Brief. Aber ist es nicht eine merkwürdige Art der Täuschung, die Nachricht einfach nicht zu unterschreiben, statt eine Unterschrift zu fälschen? Nun, vielleicht geht es auch eher darum, dass wir nun in der Stadt der Tiefe sind. Und dass wir etwas mitgebracht haben. Es ist nicht merkwürdig, wenn man bedenkt, dass in dieser Situation, die gerade eintreten ist, die Täuschung sowieso aufliegt. Ihr habt gesagt, wir haben noch einige von diesen merkwürdigen Planken an Bord, nicht wahr? Hm. Ich weiß nicht, wovon ihr sprecht. Ähm, die verseuchten Stellen sollten eigentlich ersetzt worden sein, als wir in Sinoda lagen. Ersetzt? Ei, aber wir haben noch welche von diesen Planken. Ja, Montags. Überleg dir einmal, was passieren würde, wenn eine Arche mit dieser Art von Dingen infiziert wäre. Übrigens, der Rondrianer vor euch bewegt sich immer noch nicht. Ich stupse ihn mal an. Ja, er bewegt sich nicht. Fühlt er sich an, wenn ich ihn stupse? Ist er hart? Hat er menschliche Konsistenz? Fühlt er sich an die Glibber? Äh, wenn du ihn anfällst, merkst du, dass er wohl aus Holz besteht. Hm. Ein Golem. Clever. Canizitiana sagte auch, er wüsste eine Passage durch den Sturm oder das, was wir tun könnten. Canizitiana wollte sich dabei auf seinen Spiegel stützen, den ich, verzeiht es mir, tausendmal im Jahr noch nicht begutachtet habe. Es ist gut, dass ihr ihn nicht begutachtet habt, aber so kommt ihr nicht in Versuchung. Kapitan, ich versichere euch. Ja, ja, ja. Nun, wer schickt uns dieses Schreiben? Das ist eine gute Frage. Ich schwitze weiter, Blut und Wasser, aber sage nichts. Unmutlich derselbe, der uns den Durchgang durch den Sturm geöffnet hat, was die Anzahl möglicher Personen stark einschränkt. Wir können davon ausgehen, dass ihr als nächstes nicht mehr so ein Nunzio-Volo-Ding ins schickt, sondern auch gute alte Elementarmagie vertraut. Schickt als nächstes besser ein Elementar. Ich denke, es war wahrscheinlich jemand neben dieser Stadt und dieser Magier hat einfach sein Gefolge, diese Stadt nicht wirklich unter Kontrolle, wie er behauptet, das zu haben. So wie ich es sehen möchte, Kapitan, die Nachricht ist an der richtigen Stelle angekommen, denn wir sind hier. Und ich denke, Arachnor von Scheurina hat einen sehr konkreten Verdacht, wo die Nachricht angekommen sein könnte. Er scheint nicht gewillt zu sein, die Neutralität seiner Stadt aufzugeben, was bedauerlich, aber verständlich ist dann. Es ist ja... Ja... Sein Kapital? Ja, das, was die Stadt so besonders macht. Es wäre aber ein guter Hafen, auf offener See, wo wir unsere Wunden pflegen könnten, unseren Nachschub organisieren können. Nachschub, den wir sonst nirgendwo bekommen können. Und ich denke nicht, dass Paligan seine Neutralität übermäßig achtet. Er ist ein Narr, dass er auf so etwas wie Neutralität besteht. Der Krieg kommt ihm direkt vor die Haustür, wirft ihn, reißt ihn noch ein paar Wände ein und dennoch nennt er sich neutral. Nun, er ist mächtig. Er glaubt, sich seine Neutralität leisten zu können. Ich denke, es ist sein eigener Vorteil bedacht. Wenn Paligan fällt, ist er der mächtigste Archenkapitän. Und wenn Paligan alle Kisten überflutet, und ihr habt ja gesehen, was hier vor Agka liegt. Er schläft auch sein Geschäft ein. Nun, er ist kein Paktierer der tiefen Tochter, wie er sagt. Das scheint ein Problem für ihn zu sein, aber nun, für uns macht es ihn zumindest sympathischer als Paligan. Er wurde ja schließlich von denselben Meistern ausgebildet wie ich. Selbstverständlich ist er ein integrer Mann. Nun, über seine Integrität will ich nicht diskutieren, aber zumindest ist er uns nicht feindlich gesonnen. Das ist schon mal ein guter Punkt. Aber ich glaube, dass der Mann uns angelogen hat. Natürlich. Natürlich hat er uns angelogen. Er bräuchte nur einen Paktierer der tiefen Tochter, der Ersäuferin, um hier, dass dieser könnte die Kontrolle der Arche direkt übernehmen, aber wir wollten doch nicht erzählen, dass keiner sich hier auf dieser Dämonenarche befinden soll. Und was meint ihr? Ob es wohl diese Priesterin war, die wir gesehen haben? Ich denke, gar so einfach ist es nicht. Denn wer auch immer die Arche kontrollieren wollte, müsste erst den letzten Steuermann um die Ecke bringen. Außerdem kann er es sich gewiss nicht leisten, jemand anderen die Arche an seiner Stelle kontrollieren zu lassen. Denn wem sollte er so viel Vertrauen entgegenbringen? Irgendwie hat er es geschafft, die Kontrolle über den Steuermann zu verlangen. Es wird er sicherlich am Ende herausfinden, wie er das macht. Nun, Herrschafts-Magie oder eine Zombifizierung? Es wird ihn zu nicht ausreichen. Nun, das letzte Mal brauchte es das schwarze Schwert, nicht wahr? In der Tat, mich die Magie ist hier am Werken. Nun, wenn ihr euch zurückgeinnert, brauchte es das Schwert erst, nachdem die Steuerfrauen nicht mehr in der Lage waren. Und es gibt durchaus Zauber von Druiden, die langfristig Herrschaft ermöglichen. Es gibt ebenso eine ganze Wandbreite in Mitteln, die die Suggestionsfähigkeit des Opfers steigern. Und seine, sagen wir, Fähigkeit, freie Entscheidungen zu treffen, auf ein Minimum herunterfahren. Alkohol. Ich glaube nicht, dass es so einfach ist, eine Paktierin der Tiefentochter so zu überlösen. Es ist hier mehr am Werk, als hier, dass sie in Anschein hat. Kapital, ich möchte die Frage in den Raum stellen. Ist dies für uns von der Relevanz? Wir sind mit einem Ziel hierhergekommen, das nicht die Kontrolle über die Eiche beinhaltet. Es ist unser Ziel, die Eichen zu vernichten. Alle Eichen. Nun, ich schlage vor, wir nehmen erst einmal zwei von drei und sind glücklich darüber. Wir sind hier, um auch Informationen zu gewinnen für die Zukunft. Wenn ihr Informationen nicht zweckdienlich sind, gewinnen wollt, versuch dem Mann seine Meisterformer aus dem Kreuz zu leiern. Das finde ich momentan am allerwenigsten. Wenn ihr nicht wisst, wie wichtig es für uns sein könnte, über die Winde herrschen zu können. Glaubt ihr wirklich, er würde diese Meisterformel, die er so schwierig extrahiert hat, so einfach herausgeben? Wenn wir es ihm hinreichend schmackhaft machen, mir vielleicht. Das bezweifle ich stark, aber versucht, euer Glück. Nur einmal ein Gedanke. Dieser Mann konnte uns hören, als wir uns mit Holzer Ronny unterhalten haben. Kann er uns denn nicht jetzt auch hören? Natürlich. Nun, er hat bereits, als wir uns mit diesem Wesen unterhielten, gehört, dass wir möglicherweise keine sehr sicheren Verbündeten sind, denn zumindest Boltaks hat sich nicht abgeneigt gezeigt. Das ist aber sicherlich nachvollziehbar. Er hätte sicherlich nicht geglaubt, wenn wir alle gesagt hätten, oh, na ja, natürlich. In der Tat seid ihr schließlich weithin als Archantöter bekannt. Wie es vor Lens zu verneinen wäre, vermutlich noch törichter gewesen als alles andere. Also, ich gehe davon aus, dass er weiß, dass wir nun ihm nicht unbedingt und seine Arche freundlich gesonnen sind. Ich denke, das weiß er. Ere weiß allerdings auch, dass er unsere Hilfe braucht. Warten wir es mal ab. Er hat selbst gesagt, diese Priesterin sei mächtig. Wir sehen uns beim nächsten Mal.